Ja, äh, ich wollte gerade mal ein paar Dinge sagen. Also, über Varro. Oh. Ähm, Varro musste eingestellt werden wegen Bugs. Und ja, deswegen wird bei mir keine Varro mehr kommen. Könnte sein, dass die anderen vielleicht ein bisschen mehr vorproduziert haben als ich. Und daher könnte es sein, dass bei den anderen vielleicht, aber ich weiß es nicht ganz genau, was kommen sollte. Und ja. Und damit ist alles gesagt, was ich sagen wollte. Und dann haut rein und tschüss.